Und dann Moinsen zum letzten Part hier, zumindest aus meiner Chronologie zum letzten Part, mal gucken wie ihr es euch hier anschaut, anhört, ja zu dem langen Marathon hier an VfB-Videos, hier Podcast-Style VfB-News-Videos, langsam auch wirklich durch, nach dem Video bin ich auch happy, dass das Thema hier durch ist, da habe ich sehr, sehr viel abgehandelt, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, Zeit reingesteckt, wisst ihr ja Bescheid, letztes Video war Thema Nationalmannschaft und eben auch News zu spezifischen Nationalspielen, vor allem deutsche Nationalmannschaften und deutsche Nationalspielen natürlich, jetzt hier natürlich noch zum Abschluss, gehört natürlich auch dazu, das Thema VfB-Videos am Sonntag, da ein bisschen Vorbericht, aber eben auch, und damit starten wir jetzt eben direkt auch schon rein, den Übergang, den ich hatte, den Teaser aus dem letzten Video quasi, wenn ihr eben das in der Chronologie geschaut habt, nämlich die Marktwerte, die kamen raus am Mittwoch, Marktwert-Updates in der Bundesliga, der VfB setzt seinen Höhenflug weiter fort, sind jetzt auch schon ordentlich gestiegen, und auch dazu habe ich, ja, einen Einspieler machen dürfen beim Pod Cannstatt in der Folge und da den auch kurz hier mit rausgenommen, eben die Zahlen mit rausgenommen, die Marktwert-Steigerungen, die wirklich sehr, sehr ordentlich sind, die sehr, 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 sehr geschmeckt haben, VfB hat ordentlich abgesahnt, die Schwaben haben abgesahnt, wirkt das natürlich aufgrund unserer überragenden Bundesliga-Saison, ist auch ganz klar, weil das logischerweise aussieht, auch immer wieder Push, ist natürlich Nationalmannschaft, Nominierungen von Nationalmannschaften, Spiele dort und so weiter, Leistungen dort, Insgesamt ist der Kaderwert im Ranking auf Platz 5 in der Bundesliga gestiegen, tatsächlich, vor uns jetzt also nur noch Dortmund, Leipzig, Leverkusen und die Bayern, das ist schon auch ein absolutes Statement, und international auf Rang 39 hoch, von Rang 50 auf 39 hoch, international 277,9 Millionen Euro sind es, und nach dem Sommer zu 23 lagen wir noch bei 116,6 Millionen Euro, also mehr als verdoppelt, zweieinhalbfacht, wie auch immer, das ist brutal krass, nur der Hut hat einen Wert verloren im Update, hat er 14 Millionen Mark, jetzt noch 8 Millionen, also 6 Millionen runter, der Rest ist alles hoch, kleinere Steigerung bekam Lieveling, 4,5 Millionen auf 6 Millionen, Karas und Wagner sind beide von 8 auf 10, also um 2 Millionen gestiegen, Ito ist auch nochmal 3 Millionen gestiegen, jetzt hier ist es bei 25 Millionen Mark wert, Stiller weiter auf dem Weg nach oben, 4 Millionen oben drauf bekommen, jetzt bei 18 Millionen, denn es ist Undaf und Mio beide um 5 Millionen gestiegen, Undaf jetzt auch mittlerweile schon 22 Millionen Euro wert, in der letzten Folge gesprochen, Undaf, Ausstiegsklausel, sind es 13 bis 15, sind es doch 22, sind es doch 20 Millionen, Marktwert 22 Millionen, auch zu dem Thema, ob man ihn kaufen sollte oder nicht, entspricht, oder ist sogar weniger wert, möglicherweise, als der aktuelle Marktwert, das ist brutal stark, und auch Mio, 5 Millionen hoch, das ist jetzt 30 Millionen wert, also eben auch, möglicher, oder wahrscheinlich, mehr wert, als sein, ja, sag mal, berichteter, seine berichtete Ausschickslausel, der lautem Kicker auch irgendwo bei den 25 Millionen Euro liegen soll, wie eben auch, Führig, Anton und so weiter, deswegen, das ist schon heavy und eben auch Mio, das ist, das ist, das ist schon ordentlich, 30 Millionen, das ist, boah, das ist eine Summe, deswegen, da vielleicht der Erste oder der Eine, wo man vielleicht am Ende sagt, ist wirklich sehr, sehr ärgerlich drauf gucken, könnte man den VfB irgendwann, wenn er eben so weitermacht, den VfB irgendwann verlässt und dann, ja, eben doch vielleicht, ein bisschen deutlich mehr wert gewesen wäre, als die Ausschicksklausel, aber muss man abwarten, ähm, nun zur Top 3, alles deutsche Nationalspieler, also Top 3 der Steigerungen, 8 Millionen Euro mehr drauf bekommen haben, Anton und Führig, Kapitän vom VfB, Anton ist nun bei 18 Millionen, der Mann ist von 10 auf 18 Millionen hoch, das ist brutal geil, Führig jetzt auch bei 25 Millionen Marktwert, das ist ein solcher Bretterjunge, und den größten Sprung, auch da nochmal, man kann wirklich, also, der Mann ist der Wahnsinn, ähm, diese, diese, diese Fanliebe für ihn, Fanliebling, bei ihm ist 100% eh schon da, der Status, aber Maximilian Mittelstädt, wie gesagt, im Sommer noch für kolportierte, halbe Millionen, 500.000 von Absteiger Hertha gekommen, hat er ja schon vor dem Update 5 Millionen, auch da schon immer ordentlich zugelegt, bisher, und jetzt eben auch nochmal 9 Millionen drauf, Mittelstädt ist jetzt 14 Millionen Euro wert, zumindest bei Transfermarkt.de, was die Marktwerte von den Kollegen angeht, das ist so brutal, ähm, das wahrscheinlich auch mit das Nummer 1 Ding von Wohlgemut aktuell, ne, 500.000 geholt, jetzt schon 14 Millionen wert, ähm, aber auch da darf man mal das dazunehmen, auch klar, bei ihm gab es auch, äh, Kritiker, sag ich mal, ich werde immer einer bleiben, der ihn mochte, auch vom Typen her, wie er gewirkt hat, wie er sich für den VfB, also, wie er, wie er gesprochen hat, Außenwirkung und so weiter, Identifikation mit dem Klub und so weiter, äh, es natürlich missent hat, weil auch der hat natürlich sehr viel mit diesen Leuten zu tun, jetzt mal so ein paar, paar, äh, rausgekommen, zum Beispiel Ito, hat er auch geholt für 500.000 in Summe, jetzt ist er bei 25 Millionen, Mio geholt, für 1,75 Millionen bis jetzt gewesen sein, von Monaco oder aus der Jugend, ähm, jetzt ist er bei 30 Millionen Mark wert, ähm, jetzt ist er bei 30 Millionen Mark wert, Führig kam auch mal für 2,5 Millionen, jetzt ist er 25 Millionen wert, also auch der hat, wie gesagt, eine Basis gesetzt, ähm, auf die eben jetzt auch in Wohlgemut sehr, sehr stark, äh, aufgebaut hat, also im Sinne von, ähm, dass er eben stark gearbeitet hat, Wohlgemut selber und deswegen auch nicht wegnehmen, deswegen, ähm, so formuliert, ähm, missent hat, finde ich trotzdem auch da nochmal anzusprechen, da ist eben einfach auch eine Basis da, auch Talente da, auch gutes Auge da gewesen, auch schon bei anderen Spielern, die auch mittlerweile schon weg sind und eben auch da schon im VfB deutlich mehr eingebracht haben, als er, als er damals gekostet haben und klar, immer welche geben denn die, die Fahiers und Müllers und Beyers und sowas, äh, irgendwie hervorheben bei, bei missent hat, aber für mich überwiegen, ähm, die positiven Beispiele deutlich aus seiner, aus seiner Zeit und eben auch transfertechnisch, was das angeht, was er ausgegeben hat, auch was er nur ausgeben konnte damals, den Transferfenster und zu dem, was manche Spieler jetzt wert sind oder auch schon wert, wert geworden sind, indem sie ihm verkauft wurden, man versteht, was ich meine, ähm, ist, finde ich hier auch seine Erwähnung zumindest mal, ähm, nicht ganz falsch, deswegen mache ich sie hier, aber natürlich auch Wohlgemut, absolut, äh, Top-Job, seitdem er hier ist, bis vielleicht ein bisschen auf Ausnahme, diese Haraguchi und Schildias nur mal diesen Wintertransferfenster, aber vielleicht hat er da auch ein Labbadia in Sachen Wünsche, ein bisschen mehr Finger im Spiel als, äh, als alles andere, äh, ein bisschen hat er auch mit reingenommen, weil eben er jetzt auch gerade ein bisschen stark in den Gerüchten ist, also vielleicht sogar zum VfB zurückkehrt, auch das würde dann sehr interessant werden, was der VfB dann abliefert und auch interessant in Sachen Marktwert-Updates, auch einer, der ja im Sommer kommen soll, ist noch nicht offiziell, aber aus den Medien offiziell gemacht, ist er Justin Diehl und er hat jetzt auch schon zweieinhalb Millionen Marktwert mit seinen 19 Jahren bei Köln, ähm, Fan-Hype ist das nächste, jetzt gehen wir mal mehr in Richtung Heidenheim-Spiel, gab natürlich öffentliche Trainingseinheiten, wir haben Osterferien und so weiter, ähm, und da waren sehr, sehr viele da, sehr, sehr viele da, schon ein bisschen die Witze gemacht von wegen, bitte bald Warteschlange machen für Tickets fürs öffentliche Training, ähm, sehr, 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 sehr geil auf jeden Fall, hatten wir ja vorhin auch das Thema, äh, ähm, Tickets, äh, in einem anderen Video und da wirklich rund 900 Zuschauer beim öffentlichen Training, natürlich Ferien, natürlich Hype, natürlich gutes Wetter und VfB spielt gut aber trotzdem 900, fast 1000 Zuschauer, das ist schon ein absolutes Brett, kommen wir näher Richtung Spiel wieder, Kader und, ähm, Kader und PK ist hier natürlich ein Thema, absolut, ähm, da kam schon recht früh raus, dass vielleicht ein Ito schon früher zurückkommen könnte von der japanischen Nationalmannschaft, ähm, weil die eben doch schon, äh, vor dem, äh, World Cup Qualifier, weil einfach geil auf Englisch, Englisch einfach auch eine geile Sprache, natürlich Welt, äh, Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel gegen Nordkorea tatsächlich, ähm, das Ding, ähm, wurde, wurde abgesagt und dass die Japaner schon davor zurückgereist sind, also wurde, habe ich hier gesehen, bei Endo zumindest, deswegen würde ich mal tippen, dass es auch bei Ito der Fall war, ähm, waren auch wieder zurück, äh, Hiroki, Ito, auch in Führig und so und auch die anderen wohl auch, also, ähm, auch, äh, ja, Mittelstädte und so weiter, ähm, Anton Undaf sollen wohl wieder schon rechtzeitig nach den Nationalspielen im Training erschienen sein, also da auf jeden Fall auch sehr, sehr starkes Zeichen, ähm, und auch Roh ist wieder mit dabei, ähm, Auffautraining, ähm, er hofft, dass er in vier Wochen wieder voll einsteigen kann, da gab es ein Interview mit Roh beim VfB auf der Homepage, auf der Webseite, ähm, auch das gute Nachrichten, vier Wochen noch, also ein bisschen, kann er zumindest ein, ein, äh, ja, einwirken in den Saisonendsport, auch in den Kader, in den Kaderbreite und so weiter, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall für uns, denn, es gibt auch wieder ein paar Fälle jetzt für vor dem Spiel, kommen wir zur PK und zum Kader, Mio ist krank von der Nationalmannschaft zurückgekommen, er trainiert heute individuell, wir ein bisschen abwarten, aber haben positive Signale bekommen, also man kann positiv sein für Sonntag, wie gesagt, PK war jetzt hier heute am Donnerstag oder vor einigen Stunden am Donnerstag, wie gesagt, nehmen sie hier von Donnerstag auf Freitagnacht auf, äh, also Donnerstag Nacht auf Freitag früh auf, so rum, ähm, das heißt, da ist auch noch Zeit bis Sonntag, ne, wir spielen jetzt nicht schon Freitag oder Samstag, ähm, gut, diesem Freitag ist eh kein Spiel, ne, aber so, versteht, was ich meine, Karasor ist ebenfalls krank, hier gibt es aber noch keine positive Tendenz, also Karasor könnte wohl sehr, sehr fraglich sein für den Sonntag, Prieto ist krank, der wird definitiv ausfallen, Lito ist wegen seinem Rücken in Behandlung nach langer Reise, äh, aber auch da sind sie positiv, natürlich dazu eben die Langzeitausfälle von Ruho, Zagadou und Nathai, ähm, auch Hoeneß hat die Jungs gelobt, ähm, sind mit einem guten Gefühl zurückgekommen, also Nationalmannschaftsjungs von Deutschland, zwar ein großartiges Erlebnis, auch dort die Euphorie miterlebt und so mit, und mit initiiert zu haben, die Jungs waren Teil davon, das gibt ein, das gibt ihnen ein gutes Gefühl, hat sich riesig gefreut, äh, dass alle eingewechselt wurden im Spiel, dass, dass sie sich jetzt Nationalspieler nennen können, auch irgendwie, auch irgendwie ein süßer Satz, finde ich, ähm, wir hoffen, dass sie den Schwung, den sie dort mitgebracht, mit reingebracht haben, auch bei uns wieder mitnehmen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, und auch die Mittelstadt nochmal spezifisch, hat zwei Länderspiele gemacht gegen große Fußballnationen, es waren sehr gute Auftritte, genauso wie er bei uns spielt, hat er auch dort performt, auch das sehr, sehr stark, und jetzt eben so ein bisschen die Frage natürlich hier, wieder Thema Dahoud, Karasor ist Pech, könnte Dahoud Glück bringen, sagt der Kicker, ist eben Thema Aufstellung, was machst du da jetzt genau, ähm, weil, wenn dir jetzt wirklich ein, ein Karasor ausfällt, stellst du dann da wieder einen Mio auf die Position, wie wir es schon mal hatten, ähm, und hast dann eben dann vorne Platz für, zum Beispiel, jetzt einen, einen Leveling wieder, oder für den Silas mal von Beginn an, oder einen Jong oder sowas wieder, äh, vorne Platz, mit der dann nach hinten rückt, ähm, das wäre eine Option, oder bringst du wirklich einen, ähm, Dahoud, da war halt, gefühlt halt immer nur irgendwie 84. Minute plus irgendwie mal reinkommt, weil sonst Nübel, Mittelschät, Ito, Anton, Wagnoman, Stiller, Führig, Unafkira Sieb, das dürfte alles recht gesetzt sein, ist nur die Frage, was du machst, ich glaube, Mio nach hinten zu ziehen, könnte eine realistische, äh, realistische Option sein, wenn Mio dann fit ist, ne, auch da ist ja noch ein kleines Fragezeichen da, werd mal abwarten, aber auch da, wie immer, wir werden eine schlagkräftige Gruppe auf dem Platz haben, am Sonntag gegen, gegen Heidenheim, das ist mal ganz, ganz klar. Dann kommen wir zu was Traurigen, tatsächlich, zu Sebas Kampf, glaube ich, tatsächlich auch ziemlich bekannt geworden in dem Sinne, ähm, ja, in, beim Thema VfB und den VfB-Fans, ähm, ist ein Junge, ich glaube, der ist sogar echt, sogar jünger gewesen als ich, ähm, ich mit meinen 23 Jahren, glaube, der war sogar noch jünger, ähm, der habe ich auch verfolgt auf Instagram, über den Account gab es immer wieder Updates zu ihm, als eben dann vor vier Tagen das Update, dass er seinem langen Kampf, ja, sag mal, erliegen ist, er ist, äh, an Krebs gestorben, an seiner Leukämie gestorben, ähm, leidenschaftlicher VfB- und Heidenheim-Fan gewesen, sagte, ich habe keine persönliche Verbindung, ne, deswegen, äh, auch das mal ganz klar gesagt, aber, ähm, viel natürlich auch zu ihm gelesen, war sehr viel Anteilnahme aus der VfB-Community, ähm, und auch da muss man sagen, auch eine schöne Aktion, äh, oder auch zeigt, zeigt Größe, würde ich sagen, weil auch Mitglieder dann VfB, äh, VfB, ähm, offizielle dann angeschrieben haben, hier in dem Beispiel an dem Tweet, äh, auch, auch Werle angeschrieben haben, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man ihm eine Gedenkminute zu Ehren, äh, äh, an Sebastian stattfinden lassen könnte, ich sagte, VfB-Fan, Heidenheim-Fan, das passt perfekt für den Sonntag, natürlich auch zu der Partie dann, ähm, und, äh, da hat Werle sogar drauf geantwortet, ähm, direkt auf einen VfB-Fan, was ich sehr, sehr ehrenwert finde, ähm, gab auch eine Petition tatsächlich, mit fast 30.000 Unterschriften, ähm, dass es eine Schweigeminute geben soll, am Ostersonntag eben für der, vor dem Spiel, ähm, und da gab es auch positive Nachrichten, VfB-Serviceteam hat sich, hat auch geantwortet auf Twitter, also die VfB war da sehr, sehr aktiv da, äh, sehr viel Anteilnahme auch, oder sehr viel auch, ja, kommuniziert dazu, ähm, auch auf den, äh, auf die, auf die Meldung auf, auf Instagram hat der VfB drauf reagiert, ähm, ja, macht sich sehr betroffen, wünsche euch ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit und spreche unsere aufrichtige Anteilnahme aus, ich glaube, Heidenheim hat auch drauf reagiert, sehr, sehr viel, wirklich ein sehr großes, ähm, ja, Thema geworden, dieses, dieser, dieser, dieser Sebas-Kampf der Sebastian, ähm, der VfB-Fan, Heidenheim-Fan und nun kann man auch eine VfB-Meldung raus, offiziell gedenken an Sebastian, VfB wird im Rahmen des Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim an den verstorbenen Fan erinnern, ähm, genau hier im Alter noch von nur 20 Jahren seinem Blutkrebs leiden, das ist schon, das ist schon brutal, wie gesagt, vor allem jetzt hier aus meiner Sparte aus, der ist halt junger als ich, das ist, das ist, das tut absolut weh, allein sowas zu lesen, weil es ist, das ist so, so viel zu früh, wie da wieder jemand von uns gegangen ist, sag ich mal, der VfB spricht ja auch, äh, dann nochmal an, dass man sich auch für DKMS registrieren kann, um eben auch präsentiell zu einem Lebensretter zu werden, ähm, und wie gesagt, vor dem Spiel am Sonntag erinnern und gedenken wir Sebastian, das heißt, in irgendeiner Form wird es da wohl was geben, weiß nicht, ob es in Richtung Schweigeminute geht oder irgendwie, keine Ahnung, aber irgendwas wird es auf jeden Fall geben und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes, äh, Zeichen vom VfB und macht das Ganze einfach wieder sehr, sehr, ja, einfach nah an den Jungs, nah an den Fans, nah an solchen, dann eben auch traurigen, äh, Situationen eben, aber es macht, macht den VfB, ja, ehrt den VfB irgendwo ein bisschen sowas zu machen und das eben auch nochmal der Charakter von Fußball, ne, Fußball ist so, 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 so viel mehr wert oder so viel mehr als nur dieser, dieser Sport an sich, ähm, diese ganze Anteilnahme hier, was das, ja, für ein Aufsehen erregt hat in dem Sinne, ähm, was das für eine Anteilnahme war und so weiter, das ist schon wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie groß dieser Sport ist und eben das, was über den Sport hinausgeht. Kommen wir zurück zum Sport, nämlich VfB Heidenheim, ähm, gehen wir in die PK, Höhen ist über den Gegner, die Heidenheimer sind die positive Erscheinung der diesjährigen Saison, sie sind Elfter und haben 29 Punkte geholt, das zeigt, wie unangenehm es ist, gegen sie zu spielen, sind sehr konstant unterwegs, Frank hat eine Mannschaft gebaut, die stabil ist, ich meine, wir haben eine Hinrunde ja auch schon dort verloren, ähm, ganz wild mit verschossener Silas-Elfmeter, mit dieser, ja, Lattenaktion oder Latten-Lattenschuss kurz vor Abpfiff von, von Raimund da, spektakulär, danach dieses, ja, Weitschuss, Tor dann, äh, von Kleins noch zum 2-0-Final, aber da wäre auch mehr drin gewesen, auch unglücklich verloren in den Heidenheim, ähm, in dieser kurzen Phase, da mit Heidenheim verloren, Hoffenheim verloren, ähm, deswegen auch da war es in Anführungszeichen gut zu machen, oder zumindest, sage ich mal, Motivation für die Jungs auf jeden Fall, und er sagt auch, wir dürfen uns keinen Spannungsabfall erlauben, um besondere Dinge in die Saison zu erreichen, wir werden uns sehr gut vorbereiten auf das Spiel, ähm, Standardstärke der Heidenheimer ist ein Thema, auch im Hinspiel war, glaube ich, das 1-0 ja ein Standardtor, wir bereiten uns darauf vor, so wie die Woche zuvor, werden wir Standards trainieren und besprechen, meine VfB da auch generell gefühlt, oder war letzt, war, war oft so, letzten Spiele jetzt nicht mehr so, ähm, aber ein Standardproblem, oft so ein dämliches Ding da kassiert, wenn ich mir jetzt Köln überlege, Leipzig überlege und so weiter, ne, solche Spiele, trotzdem wird es nicht immer möglich sein, das perfekt wegzuverteidigen, vor allem in Jan-Niklas Bestes, sie schießt und perfekt serviert, im besten Fall schaffen wir es, die Heidenheimer von unserem Tor wegzuhalten, sodass die Situation gar nicht erst entstehen, ist ja auch ganz klar, und dann, äh, ja, wird es auch das Motto geben, habe ich ja auch im Vereinspolitik-Video angesprochen, alle in schwarz zum Heimstück gegen Heidenheim, ruft die Cannstatterkurve auf, das ist natürlich als Zeichen, äh, eben in der Thematik Vereinspolitik, ne, alles schwarz, alles, alles scheiße, so ein bisschen, dass da anschließend ein Statement von denen, äh, dass es reicht und sowas, was da gerade vereinspolitisch alles abgeht, ähm, und dann muss man eben da auch, wenn man in weiteren Sinne dann eben gucken, was da dann genau passiert, was da dann genau, äh, abgehen wird, ähm, bei dem Spiel, ob da irgendwas kommt, Stimmungsboykott, ob da irgendwas kommt, Banner, Gesänge, irgendwas in der Form, ähm, also das glaube ich mal, ob das auf jeden Fall kommt, ich hoffe mal nicht, dass irgendwas kommt, wie Stimmungsboykott oder Spielunterbrechung oder sowas, muss man abwarten, aber das Motto gibt es auf jeden Fall, wirkt mehr und so inhaltlich und so weiter, sowieso ja in dem einen ewig langen Vereinspolitik-Video schon veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt, wenn ich ja alles richtig geplant habe, ähm, Ähm, Heidenheim kommt tatsächlich auch mit einem Motto, nämlich alle in blau, äh, damit kommt Heidenheim, äh, zu uns gefahren, ähm, werden wir das erste Mal 60.000 Zuschauer in der MAP Arena Platz finden, das erste Mal, wie gesagt, seit diesem Köln-Spiel, danach war ja Umbauarbeiten, ähm, Hauptröben und so weiter länger, ein paar Spiele länger gedauert, als es, als es geplant war, jetzt ist es endlich wieder soweit, 60.000 alle drin, aus Heidenheim werden 5.000 Gäste-Fans erwartet, also sieht eine sehr, sehr starke Kulisse aus, Heidenheim, wie gesagt, auch mit dem Motto, alle in blau und auch Duell für die Geschichtsbücher, der VfB wird das tausendste Bundesligaspiel in der Arena, ähm, haben, nämlich die Partie markiert das tausendste Bundesligaspiel in der Stuttgarter Heimstätte, der jetzigen MAP Arena, das ist einzigartig, denn kein anderer Bundesligastandort hat diese Schallmauer bisher durchbrochen, sehr, sehr krass, muss dazu sagen, dass du den tausend Spielen auch 36 Spiele von, äh, der SV Stuttgarter Kickers, ähm, beisteuert, auch das muss natürlich noch dazugehören, aber tausend Stück, höchster Wert an der Bundesliga, das ist schon ordentlich, und dazu gibt es auch tatsächlich einen extra, ja, warm, warm-up-Shirt, warm-up-Trikot-Satz tatsächlich, so ein weißes Trikot mit, äh, Brustring, kann man sich auch erwerben, das Ding, ähm, quasi ist das Warm-up-Trikot, damit laufen sie eben auf, also im Spiel dann nicht, aber eben zum Warm-up, wenn ich es hier alles richtig verstehe, ähm, auch Hoeneß sagt hier, hat ein paar schöne Sätze mit dabei, ich verbinde viel mit diesem Stadion, mein Vater war hier schon als Manager, da war ich noch sehr klein, und das war für mich das Größte, als Fan im Stadion zu sitzen und mit zu fiebern, auch das einfach schön, tausend Spiele, das kann kein anderes Stadion von sich behaupten, in der Bundesliga, wir hoffen, dass wir es auch sportlich zu einem erfolgreichen Spiel machen, so nehme ich, zack, direkt noch Ansage, Motivation rein, so gefällt mir das doch, und auch die offizielle Schlüsselübergabe der MAP-Arena gab's nun, weil Emerson jetzt ja komplett dann funktionstüchtig zum Einsatz kommt, am Sonntag das erste Mal, mit dem Business Center, mit modernisierter Haupttribüne, und so weiter und so fort, und da kann es wieder komplett Vollgas gegeben werden, 60.000 volles Haus, auch eben auch fürs Angucken, fürs Bildliche und so, wird das schon richtig geil werden am Sonntag, und auch interessant, es gibt auch einen Testbetrieb der neuen LED-Anzeigen, die es jetzt an den Eingängen auch gibt, hier mal als Beispiel, danke für euren Support, Kancha der Kurve, hängt jetzt quasi LED-mäßig, wie man es halt kennt, so ein Ding über dem Eingang vor der Kurve, auch sehr witzig, kann man natürlich auch ein paar Meldungen draufschreiben oder so, auch organisatorische Meldungen und so Geschichten, aber auch nett, auch irgendwie so ein nettes Gimmick, sag ich mal, so ein nettes Feature, was man da jetzt hat, und wer angesetzt wurde für das Spiel, will ich gar nicht länger machen, als es ist, wir kennen den Namen, man kennt, ja, sag mal, ja, Vorwürfe, wie auch immer, Felix Zweier ist angesetzt auf Sonntag, lasse ich weiter unkommentiert, mal abwarten, wie er pfeift, Daten-Einspieler, auch hier wieder, Port Kahnstadt, ganz klare Geschichte, haben wir hier, habe ich wieder meinen Einspieler dabei, meine Daten dabei, Statistiken dabei, Bilanzen und so weiter und so fort, auch hier wie immer, gerne den kompletten Port Kahnstadt hören natürlich, an der Stelle, den haben wir diesmal schon am Mittwoch gebracht, also auch schon online logischerweise das Teil, und jetzt auch wieder viele Punkte, außer dem Einspieler, hier gegen Heidenheim mit dabei, aber eben nicht alle, nur der Klassiker, Duell von Platz 3 mit 56 Punkten, gegen den Tabellen-Elften mit 29 Punkten, Formtabelle der letzten fünf Spiele, das Duell von Platz 2 gegen 15, noch ein bisschen klarer, bisher gab es nur zwei Heimspiele in der Geschichte gegen Heidenheim, ne, zweite Mal in der zweiten Liga, einmal 1 zu 2 verloren, einmal 13 zu 0 gewonnen, sind seit acht Spielen ungeschlagen in der Bundesliga, beste Serie der Schwaben seit acht Jahren damit, haben jetzt nach 26 Spieltank schon 60 Tore erzielt, so oft hat man nur 96, 97 auch getroffen, damals noch einmal mehr, also 61 Tore, dürfte auch an der geteilt besten Chancenverwertung der Liga liegen, 11,8%, wie die Bayern auch, Leverkusen steht bei 11,7%, getroffen haben wir geteilt am drittmeisten in der Liga, Heidenheim mit 35 Toren auf Platz 12, wir haben die zweitwenigsten Gegentore kassiert, 29 Stück, Heidenheim ist mit 340 Gegentoren hier auf Platz 8, interessant, worauf ich ja immer wieder mal schaue, und auch bei Anton so oft angesprochen habe, die haben tatsächlich zwei der sechs Dauerbrenner in ihren Reihen, Torwart Müller und Innenverteidiger Mainka haben noch keine Minute verpasst, und sonst nur vier weitere in den gesamten Bundesliga-Kadern, gehen wir in die Bundesliga-Vergleiche rein, auch das ist der Klassiker, Passquote Platz 3 gegen 17 in der Liga, Karasson und Schiller sind individuell in der Top 7, im Ballbesitz haben wir Platz 4 gegen Platz 18, auch da in gewonnenen Zweikämpfen sind wir vorne, Platz 4 gegen Platz 10, Kofferduelle sind die Heidenheim ein bisschen besser, da vielleicht drauf aufpassen dann, Platz 13 gegen Platz 3, Kleindienst und Mainka in den Top 5, Kleindienst wird es doch ein paar Mal vorkommen, jetzt in den individuellen Werten im Bundesliga-Vergleich der Spieler, der Aufstecker hat eine Flanke mehr aus dem Spiel geschlagen, also wirklich nur eine einzige auf die 26 Spieler gerechnet, auch sehr kurios, Platz 9 gegen Platz 8 dann in dem Fall, nach einer Heidenheim Karten tatsächlich das fährste Duell der Bundesliga, wir auf Platz 18, Heidenheim auf Platz 17, das ist krass, aber wo es wieder unterschiedlicher wird, wo es ruppiger wird, Fouls am Gegner, da passt es bei uns, Platz 18 bei den Karten, Platz 15 bei den Fouls, Heidenheim Platz 17 in den Karten, Platz 2 in den Fouls, also wohl auch clevere Fouls dabei, hier auch wieder Kleindienst, foult am meisten in der Liga als Stürmer, Heidenheim ackert, es sollte klar sein, er ist Aussteiger, zieht auch bei der Laufdistanz, VfB auf Platz 11 und Heidenheim wieder auf Platz 2 tatsächlich, Spitzenreiter sind die Heidenheimer sogar bei den Sprints, VfB auf Platz 12, ähnliches mit bei den intensiven Läufen, wir auf Platz 13, Heidenheim auf Platz 3, also da ist Intensivität richtig da, ich meine, deswegen bleiben sie wohl auch drin in der Bundesliga und das ist eben auch so ein, ja, die Tugenden von Aufsteigern und kann man nur hoch anrechnen, wie stark das Heidenheim hier macht in der Liga, absolut und jetzt auch interessant, wir haben jetzt orientiert an dem aktuellen Tabellenplatz der Gegner, die noch kommen bei uns, das geteilt schwerste Restprogramm vor uns, ich glaube irgendwie 6, irgendwas im Schnitt der Tabellenplatz, also sehr, sehr happig und auch hier nochmal ein paar Rechnungen, nach dem Spiel gegen Heidenheim sind es noch 7 Saisonspiele, also noch 21 Punkte zu gehen nach dem Spiel, gewinnen wir gegen Heidenheim, haben wir, selbst wenn alles unter uns, alle Konkurrenz unter uns auch gewinnt, haben wir, wenn wir gewinnen, wenn der VfB gewinnt, eben das vorausgesetzt, genau die 21 Punkte Abschnitt auf den siebten Platz, das heißt, und das auch bei deutlich besserem Torverhältnis, haben wir auch noch am Start, aber heißt, gewinnen wir am Sonntag, kann die Konkurrenz machen, was sie will, dann ist zumindest der europäische Wettbewerb sicher, in dem Fall eben Platz 7, Platz 6, Conference League, EuroLeague, aber dann ist das auf jeden Fall sicher, wir können Europa offiziell machen am Sonntag, das ist auch schon krass, außer ich habe mich hier mathematisch komplett vertan, und das dürfte dann sowieso spätestens das, neben eben auch der Hinrunden-Niederlage, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen Hoffenheim, ich glaube, da waren sie auch nochmal doppelt motiviert, nachdem sie da zugegebenermaßen noch unverdienter als in Heidenheim gegen Hoffenheim in der Hinrunde verloren haben, waren sie, glaube ich, auch doppelt motiviert in Hoffenheim zu gewinnen, ich glaube, die Motivation werden sie auch jetzt haben, gut rauszukommen aus der Lernenspielpause und eben jetzt auch da nochmal nach der Hinrunden-Niederlage das wieder gut zu machen und auch wenigstens im Heimspiel dann in Heidenheim zu schlagen, bin auf jeden Fall guter Dinge, Heidenheim hat absolut den Charakter und die Möglichkeit, dass sie uns ärgern, dass sie uns eklig werden, aber das haben wir schon von so vielen Gegnern gesagt und da haben wir es meistens gepackt, wir spielen eine überragende Saison, die Jungs sind überragend drauf, viele haben selbstbewusst dann getankt aus der Lernenspielpause, Sonntag ist eigentlich wieder alles angesetzt, kannst Europa klar machen, Stadion wieder voll, 60.000 und so weiter, das tausendste Spiel und solche Geschichten, da bin ich schon irgendwie sehr, sehr positiv gestimmt, dass da einiges, einiges, ja, schon mal im Vorab für das Spiel sehr, sehr gut dasteht und es schon mal gut anschiebt in Richtung von diesem Spiel am Sonntagnachmittag und dann kommen wir eben auch zu den Tipps, wo ich jetzt schon mal sagen kann, VfB Heidenheim, würde mich wundern, wenn wir vielleicht doch irgendwie ein Tor kassieren stand da irgendwie in der Form, aber ich hätte es schon clean, bin nochmal geil, irgendwie bin ich positiv gestimmt, 3-0 gegen Heidenheim, sage ich jetzt schon mal für uns, jetzt ist der Rest noch getippt, Leipzig 3-1 gegen Mainz, weißt du nicht ganz, wo das Tor von Mainz bei mir irgendwie herkommt, aber bei mir habe ich es, habe ich es so getippt, ich gehe immer auch aus Bauchgefühl und da wird auch nichts mehr geändert dann, Leverkusen 2-0 gegen Hoffenheim ist mein Tipp, Frankfurt gewinnt mal wieder gegen Union, 2-1 zu Hause, Gladbach Freiburg schreit für mich nach Unschieden 1-1, Bremen-Wolzburg 2-1 getippt sogar auf Bremen, das ist so das, wie gesagt, Grundregel, ich verändere meine Tipps nicht mehr, weil es irgendwie gefühlt immer nur schief läuft dann, aber da ist mir erst danach aufgefallen, nur dass bei Bremen es nicht so perfekt läuft, das hatte ich schon im Kopf, aber Wolfsburg ja auch nicht, aber das war mir aufgefallen, ey gut, Wolfsburg hat ja einen Trainerwechsel gehabt, also das könnte vielleicht ein bisschen, ja, neuer Trainer-Effekt und so Geschichten, weil tut der Wolfsburg doch ein bisschen mehr als eben gar nichts in dem Fall, aber ich bleibe beim 2-1, Bayern-Dortmund, das wird der übliche langweilige Klassiker, Dortmund fährt da hin mit den Hosen voll, keine Chance, 4-0 Bayern, sage ich ganz ehrlich, 4-0 Bayern, Augsburg gewinnt 1-0 gegen Köln, ich tippe ja gerne oft auf Köln, wäre auch kurz davor gewesen, da auf Unschieden zu tippen, aber Augsburg ist so eklig, ich glaube, die gewinne es 1-0 zu Hause und bleiben auf Europakurs ganz wild, bei uns wie gesagt, Bochum gegen Darmstadt nochmal leckerbissen, Sonntagnachmittag, 19.30, Abschichtskampf pur, also vor allem Darmstadt natürlich braucht jeden Punkt, da habe ich auf 1-0 Bochum, 1-0 Bochum, heimstark, die gewinne es da dreckig gegen Darmstadt, für die es dann langsam wirklich sehr, sehr klar nach unten geht, runter geht in Liga 2 wieder und damit bin ich durch, wie immer auch hier wieder zu allen Themen eure Kommentare, wenn ihr es nicht eh schon verfasst habt, wie immer auch hier dann gerne kostenlos Like und Abonnenten lassen, wie immer sehr wichtig und richtig für den Kanal, für uns als Community, für das Wachstum hier, für die Arbeit hier, ist ganz, ganz klar, habe Bock auf Spiele am Sonntag in Heidenheim, noch ein paar Tage Zeit bis dahin, damit auch Zeit für euch, die ganzen Geschichten hier durchzuhören, einiges, einiges besprochen, Vereinspolitik, Spiele in Hoffenheim, VfB News, Mischmasch, wie ihr es kennt, mit Marktwerten, Transfergerüchten, mit Spielplänen, Tickets und so weiter und so fort, Nationalmannschaft, alles dabei, Heidenheim jetzt hier, ja, das war viel Arbeit, das war viel auf einmal, da kommt ein Marathon, der jetzt hier mit dem Video auch beendet ist, bin sehr froh, wenn ich jetzt erstmal hier nicht mehr viel labern muss, wirklich sehr, sehr lange gelabert, hier auch in Summe, bedanke mich fürs Zuschauen, natürlich viel mehr fürs Zuhören, diesen Podcast-Stil mit Standbild YouTube und natürlich Spotify und so Geschichten und bis zum nächsten Mal.